Hallo und herzlich willkommen zurück zu APB Und Ich will einfach sagen Da weiter, wo wir aufgehört haben Okay, wir haben den Zeichner hier aufgehört Aber Das ist die letzte Folge War echt Fail, Alter Da sind dann nur gestorben Und Huch, hab ich sie nicht gehabt Ich glaube, ich schnappe mal das Auto Die FPS Zahlen sind in dieser Stadt Nicht gerade sehr günstig Ich hab gerade mal einen Durchschnitt von 10, Alter Ich glaube, da muss noch was an der Grafik machen Ich habe hier einen zu 25 Ich hab hier eine zu 25 Ich hab hier einen zu 25 Ich will auf die Brücke, ich will auf die Brücke Ah, sieht schon echt geil aus Finde ich Ich will hochfahren BAM! Ups Sorry Geil, ein Puls, heil Weg da He Weg zu Ich bin cool, und ich bin immer cool! Und zum Auto Und So jetzt sitzt jeder der den Kach hat oder so So, soll ich mal da einbrechen oder was? Komm Komm Komm, packst du Komm Scheiße, einsammeln, hätte man noch machen müssen Wie kann ich das jetzt? Ok, einsammeln Und Zack Und Zack Ok, ablegen müssen wir es noch irgendwie Spass dies Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade rumlaufe So, wenn ich gerade gehe Mir ist das Wurscht, wir haben niemandem was getan Alter, die FPS-Zahlen sind ja übelst im Arsch Oh Überlegen wir es da runter Natürlich Hoch Ist wahrscheinlich genau da selber einer Auf Er rollt nicht rum, ey! Was ist das denn? Da geht es da nicht rum, oder was? Ich hab keinen Bock den ganzen Weg noch zurück zu lutschen Ich hab keinen Bock den ganzen Weg noch zurück zu lutschen Huch Alter, f*** dich Ich hab keinen Bock den ganzen Weg noch zurück zu lutschen Wie ist das denn? Wie der Typ Alter, was hab ich gemacht, Alter? Wir haben uns wie so zusammen rumgegangen Wir haben schon Immerhin haben wir schon ein bisschen Geld verdient, ne? Oh Wir wurden auf... Wir wurden Kopfgeld ausgesetzt Ich glaube, wir verpissen uns erstmal mit irgendeinem Fahrzeug Aber wir hatten gesucht Halt Stopp! Halt! Zack! Halt! 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 Yeah! Unsere erste Genagrid Ja... getötet Ja, ganz schnell da raus Gleich macht's Boom! Boah! Weißt du was, das andere mach ich nicht Wir lassen uns erstmal überraschen, würde ich sagen Hier schon wieder rein Aber das Spiel macht Fun, ey Wow! Fuck! Ja, das sind wir Haben die die Kugel ins Gesicht bekommen Hm Wir haben immer noch gesucht Ja, er ist nur unser erstes Geld verdient Alter Fick dich man So, wären wir wahrscheinlich wieder vom Pumpbuster ausgeflogen Ja, keine Ahnung warum, aber ich Ich werde mal gucken, was wir machen können Und Ähm, ja Ich hoffe euch hat erstmal gefallen Wir haben ein bisschen Geld verdient Zum Anstaunen Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder Und wir sehen uns Tschüss